so das war mein fehler ganz eindeutig das ganze buddeln auf jeden fall auch nie im effekt ich frage mich eben warum ich so überdimensional jetzt schon wieder baue ja okay ich reiße ja so gesehen auch gleich die wände mit weg weil ich andere wände haben will ja trotzdem schon ein bisschen krass groß also kohle brauchen echt nicht sparen da haben wir genug also kohle haben wir jetzt echt langsam genug so wahnsinn was hier einfach nur geht siehst du hier kaum du siehst hier fast gar nichts also ich sehe zumindest schon mal gleich gar nichts das ist schon krass jetzt müssen wir doch echt bald mal durch sein oder kann ja nicht sein dass wir jetzt ewig graben ja 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 Es ist die letzte Spitzhacke, oh Gott. Das ist doch nicht mehr wahr, ich habe immer noch 60 Dinge vor mir. Das ist doch nicht mehr feierlich, ich habe gedacht, du machst eine 5 Spurig. Boah. 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 Boah, nioh. Alter, wie weit geht denn das noch? das ist doch nicht wahr, oder? und auf 204 oder so was muss ich? das ist ja eine LN, das wird jetzt echt lang ok putz alter nichts wie mega schnell durch hier wie weit haben wir es noch? oh noch 30 ja nichts wie raus hier erstmal und ganz schnell Nachschub holen wir brauchen ganz dringend mehr von diesen Dingern das muss ich natürlich auch nochmal bereinigen hier ich möchte von dem Baum irgendwie einen anderen Übergang haben da will ich raus bitte ach Gott ja komm scheiß drauf kies pflasterstein so zack zack es sollte reichen dass ich jetzt da durchkomme boah ist das abartig viel draußen schneit es immer noch jetzt war es so schön, man konnte Motorrad fahren jetzt schneit wieder alles ne, wir raben uns jetzt auf die Schnelle einfach einmal durch dass wir da überall sein können da war es gerade kurz dunkel und ganz komisch was war das? das whip wird und bis ich seh nix oh wir sind daheim ich seh nix ich habe erst damals irgendwelche probleme mit kohle gehabt und habe direkt vor der tür so eine ader wir müssen endlich durch ich und 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 pure wahnsinn und 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 und